Personalleitung. In der jüngsten Vergangenheit hatten wir jetzt ein paar E-Mails, Kontakte und auch reale Szenarien, wo wir gesehen haben, dass neue Personalleitungen gesucht werden. Das ist nicht gerade selten. Wir haben ja auch gerade eine Zeit der Veränderung, wo viele sagen, sie möchten vielleicht was anderes machen und einige sagen vielleicht auch jetzt, jetzt gerade ist die Chance, denn wir hatten eine doch überraschend erhebliche Anzahl von Organisationen, die halt sagten, wir suchen eine Personalleitung und die Position ist neu. Das heißt, vorher hat man das nicht gemacht. Also erstmal schon mal Glückwunsch zu der Entscheidung, generell zu sagen, eine Personalleitung zu haben und das nicht irgendwie nebenbei über ein paar Leute zu machen, ist auf jeden Fall schon mal eine richtige Sache. Jetzt fragen sich nur viele, was sind denn die Aufgaben dieser Personalleitung oder HR-Leitung? Nennen Sie es, wie Sie möchten. Tatsache ist hierbei immer, dass wir festgestellt haben, dass meistens völlig unterschätzt wird, was diese Personalleitung als Aufgaben hat. Also hier nur mal ein ganz kleiner Einblick. Natürlich gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Gesamtleitung, also auch der Geschäftsführung. Dann natürlich gibt es einen großen Aspekt, der Personalplanung. Dazu gehört Personalrekrutierung, es müssen Stellenpläne erstellt werden, Recruiting-Events natürlich, gerade wenn Sie als Arbeitgeber attraktiver Markt wahrgenommen werden möchten. Eventuell brauchen Sie Assessment-Center. Hier wiederum gibt es dann nochmal wieder zu beachten, welche Assessment-Center und wie viele Runden Sie dort machen möchten. Hier wieder bitte auch das Ganze entsprechend angemessen halten. Ich habe in einem anderen Podcast vorher schon mal als Negativbeispiel erwähnt, dass bei einer Londoner Firma für einen Head-of, das war eine Immobilienfirma, die suchten einen Head-of. Die Abteilung ist jetzt egal, aber es ging vor allen Dingen um Consulting-Aufgaben. Und die suchten dann jemanden und haben gesagt, das sind acht Runden im Assessment-Center. Ich meine, das können Sie natürlich machen, abgesehen davon, dass Sie natürlich erstmal jemanden finden müssen, der sich so viel freinehmen möchte. Meistens werden Leute dann bereits dafür eine Bezahlung verlangen, auch zu Recht in dem Fall. Und dieser Head-of nach den acht Runden wurde dann bepreist mit 85.000 britischen Fund. Da müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Leute herzhaft lachen und auflegen. Also diese Assessment-Center gehören ebenfalls in den Bereich der HR-Leitung oftmals. Dann haben Sie natürlich auch Informationsveranstaltungen über die Firma. Da hat es viel mit Employer-Branding auch zu tun, Arbeitgebermarke stärken. Natürlich eben auch einer der Kernpunkte, das Gewinnen, Entwickeln und Halten von Talenten. Wenn Sie sie gewonnen haben, ist das schon mal ganz gut. Sie zu halten, ist aber mindestens ebenso wichtig. Und dazu müssen Sie sich entsprechend entwickeln. Und natürlich der Klassiker Bewerbungsgespräche. Das wird dann teilweise an verschiedenen delegiert. Nur wichtig auch hier, nicht alle von denen können Sie delegieren. Ein zentraler Punkt natürlich ebenso. Und weil viele denken, ja, das war es dann wohl jetzt. Keineswegs. Sie haben dann noch den großen Faktor der Ausford- und Weiterbildung. Das heißt, die Personalleitung muss proaktiv erkennen, welche Soft-Skills und Qualifikationen sind denn notwendig, damit Sie entsprechend am Markt erfolgreich sein können und eben auch Mitarbeitenden dann entsprechende Perspektiven bieten können. Denn wenn Sie jetzt sagen, Ausford, Weiterbildung, Seminare haben wir noch nie gemacht, dann können Sie sich ausrechnen, dass die Leute sich sehr schnell umgucken werden, weil die merken, mein Skill, meine Möglichkeiten hier sind begrenzt und es wird halt gesagt, das ist alles dein Privatproblem. Dann wird es entsprechend natürlich so sein, dass die sagen, mal schauen, was andere bieten. Und daher auch hier als Hinweis schon mal so, es gibt so diese Klassiker, dass Leute sagen, ja, wenn wir schon die Seminare bezahlen, dann müssen die in der Freizeit gemacht werden und so weiter. Können Sie alles machen. Sie stehen im internationalen Wettbewerb mit allen anderen aus Ihrer Branche. Sie können es später niemandem vorwerfen, wenn Leute solche Seminare höchstens noch mitnehmen, um sich direkt anderweitig zu bewerben. Und dazu gehört natürlich von der Personalleitung auch eine Vertrautheit mit dem Weiterbildungsmarkt, also dem Ausford- und Weiterbildungsmarkt. Das wiederum ist immer noch längst nicht alles. Dann werden wichtige Entscheidungen implementiert. Motivation ist ein großer Faktor, um den sich gekümmert werden muss. Es muss erkannt werden, welche technologischen Trends es gibt, welche wirtschaftlichen Trends, welche sozialen Trends vor allen Dingen auch. Insbesondere in den Weichen, in den Weichenbereichen, Softskill-Bereichen muss man sich dort sehr gut auskennen und sprechen. Die Vermittlung zwischen Führungsebene und Mitarbeitern erfolgt oftmals eben auch mit Betriebsrat, wenn denn vorhanden. Dann natürlich die Klassiker, die viele im HR-Bereich sehen. Dazu gehört Abrechnung. Dazu allerdings bei Abrechnung kommen wir auch zum Thema, welche Gehaltsstrategien haben Sie eigentlich? Bei vielen Unternehmen gibt es nämlich gar keine. Da wird halt gesagt, jeder verhandelt frei. Das können Sie machen. Das führt aber zu etwas, was nicht sehr gut ist, nämlich einem sehr fragilen, sehr zerbrechlichen Betriebsfrieden. Übrigens, wenn Sie jetzt eine von den Firmen sind, die sagen, haha, kann bei uns nicht passieren. Bei uns steht im Vertrag drin, über das Gehalt darf nicht geredet werden. Hier ein wichtiges Update. Wir haben Meinungsfreiheit und wir haben auch das Recht, darüber zu reden. Also was Sie im Vertrag reinschreiben, wenn Sie da sagen, darüber darf nicht geredet werden, das ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Und spannenderweise, wenn Sie in den Vertrag reinschreiben, über das Gehalt wird nicht gesprochen. In den Firmen wird am meisten über das Gehalt gesprochen, weil Sie natürlich mit dem Satz sofort Misstrauen schüren. Wenn Sie jemandem sagen, nee, Sie sind hier schon top bezahlt, aber reden Sie mit keinem anderen drüber, dann glauben Leute das relativ selten, besser gesagt, nie. Ja, und neben Abrechnung, Gehaltsstrategien kommen sowas wie Verwaltung. Es müssen Personalakten geführt werden. Gucken Sie sich heute mal alleine an, was für Herausforderungen Sie haben, wenn Sie auf digitalen Personalakten gehen wollen. Wer darf was sehen? Datenschutz ist natürlich entsprechend wichtig. Und natürlich der Faktor Kündigung, der auch nicht gerade klein ist und vor allen Dingen der natürlich, wenn es falsch läuft, zu immensen Konsequenzen führen kann. Eine entsprechend gute Personalleitung kümmert sich auch um Inklusion, um Diversity, um Diversifizierung, Bereiche, die bei vielen Organisationen noch gar keine Rolle spielten. Auch wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die die Position besetzen wollten, wussten die teilweise gar nicht, was das ist, was übrigens eine Menge aussagt. Ich fand auch übrigens spannend, wenn Sie sich mal angucken, wie viele Stellenanzeigen da draußen sind für Personalleitungen, wo wirklich die Stellenanzeige in der rein männlichen Form geschrieben ist. Da merken Sie schon, dass Sie wirklich offensichtlich eine längere Zeit im Tiefschlaf waren, was am Markt so los ist. Und spannend auch, wie viele Menschen Artikel schreiben über diese Position und wie sie zu besetzen ist, die auch in der rein männlichen Form sind. Wenn Sie in der rein männlichen Form schreiben, haben Sie natürlich große Punkte einfach im Bereich Diversity bereits verpasst. So, jetzt sagen einige, aber jetzt haben wir es doch. Nein, dazu gehört immer noch mehr. Gesetzliche Bestimmungen, die sich ständig ändern, insbesondere im Personalbereich, müssen ständig geupdatet werden und nicht nur gekannt werden, die müssen auch umgesetzt werden. Dann haben Sie vielleicht mehrere Standorte, auch an verschiedenen Standorten. Da brauchen Sie internationale Kommunikation. Das heißt, Sie brauchen eventuell eine Person, die mehrsprachig ist. Übrigens, es ist völlig legitim, wenn Sie bei Leuten, die mehrsprachig arbeiten, die Fremdsprachenkenntnisse einfach mal prüfen lassen, indem die mit internationalen Kollegen und Kolleginnen entsprechend dann auch telefonieren, sprechen, Webkonferenzen machen. Was Sie bitte nicht machen, das erleben wir immer wieder. Da wird dann gesagt, ja, Sie haben noch ein Telefonat mit International. Die möchten auch noch mal über Projekte mit Ihnen sprechen und dann sagen Leute am Ende, ja, da wurde überhaupt nichts besprochen. Die wollten offensichtlich nur gucken, ob ich Englisch kann. Es hat immer diesen Hang von, wir trauen Ihnen nicht, wenn Sie Leuten sowas unterschieben. Sagen Sie doch ganz offen, wir hatten hier Erfahrungen, dass Menschen, die einen sehr guten Eindruck machten, am Ende auf Englisch nicht überzeugen konnten. Daher möchten wir einfach gucken, ob sie in einem 20-minütigen Gespräch mit International, mit unseren internationalen Standorten entsprechend hier auch bestehen können. Da sagt keiner Nein. Das ist für alle völlig in Ordnung. Nur schieben Sie den Leuten sowas doch bitte nicht unter. So. Dann natürlich geht das Ganze weiter, weil viele sagen, jetzt haben wir es immer noch nicht, aber wir kommen zu den letzten Punkten. Und wie gesagt, das, was ich Ihnen hier nenne, ist nur ein Auszug aus den Aufgaben einer Personalleitung. Die Personalleitung muss natürlich betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben. Im besten Fall noch ein paar psychologische Kenntnisse. Da müssen wir natürlich gucken. Einige sagen, dann müssen sie Psychologie studiert haben. Es gibt sehr viele, sehr erfolgreiche HR-Menschen, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Das sind immer nur Richtlinien. Aber Sie sollten zumindest Grundlagenwissen davon haben. Dazu müssen Sie es nicht, weil Sie, wenn Sie jetzt sagen, wir möchten jemanden haben, der am besten, weil die meisten sagen halt immer, betriebswirtschaftlich müssen Sie Ahnung haben, psychologisch müssen Sie Ahnung haben, juristisch müssen Sie Ahnung haben. Also hätten wir gerne jemanden, der BWL studiert hat, Psychologie studiert hat und Jura studiert, am besten noch mit einer Promotion. Können Sie alles machen. Nur natürlich kommen die Leute mit einem deutlich sechsstelligen Preisschild. Und wenn Sie dann sagen, das möchten Sie nicht bezahlen, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie niemanden finden. Also von daher betriebswirtschaftliche Ketten ist der psychologische Grund. Grundkenntnisse, juristische Grundkenntnisse. Hier übrigens eine Erfahrung. Und da möchte ich überhaupt nicht sagen, dass Juristen schlecht für den Job sind. Wenn Sie aber den HR-Bereich mit Juristen besetzen, achten Sie darauf, dass Sie das nicht zu einer reinen juristischen Aufgaben machen. Denn dann haben Sie eine sogenannte verwaltende Personalabteilung. Die macht vor allen Dingen juristische Aspekte. Denn Leute möchten ja meistens auch in dem Bereich arbeiten. Deswegen haben sie es ja meistens dann auch studiert. Wenige haben dann tatsächlich den Drive bei einer Anwaltskanzlei, die bei uns Kunde ist. Da haben wir einen sehr positiven Fall. Da hat jemand den Drive dann gesehen. Mensch, ich möchte doch was anderes machen. Aber gucken Sie halt, dass nicht so was Monokulturales entsteht, wo Leute halt sagen, ich mache daraus jetzt eine Vertragsabteilung. So, zu den letzten Punkten. Sie brauchen strategische und konzeptionelle Denken natürlich. Dazu natürlich möglichst eine Expertise in Kosten- und Leistungsrechnung. Das Ganze kostet ja auch Geld. Und das ist das, was meistens am schwierigsten zu finden ist. Sie brauchen jemanden, der den Gedanken von Leadership verinnerlicht hat. Hohe soziale Kompetenz, also stark im Inhalt, aber schwach im Ego. Denn, seien wir ehrlich, den großen Applaus räumen sie in der Personalleitung selten ab. Das geht meistens in andere Abteilungen. Und wenn wir diese ganzen Aufgaben jetzt sehen, und das ist immer noch längst nicht alles, es ist nur ein Ausschnitt aus den Aufgaben, aber zumindest mal die wichtigsten Sachen umrissen, dann erlebe ich immer wieder, dass Leute dann sagen, wir möchten diese ganzen Punkte haben und sollen hoch flexibel sein und reisebereit und, und, und. Und dann mit all dem, was sie sich da wünschen, bieten sie im deutschsprachigen Raum Gehälter an, die, die fünfstellig sind und, und verhandeln dann mit Leuten, ob es jetzt 75.000 oder 82.000 Euro sein sollen. Wissen Sie, das müssen Sie vom Brutto auf netto mal runterrechnen. Und natürlich können Sie auch Glück haben, dass Sie jetzt sagen, da ist jemand irgendwie jung, dynamisch und sieht die Chance. Und dann haben Sie vielleicht Glück, dass das klappt. Aber Tatsache ist, die Leute werden irgendwann gehen. Also ich habe noch nie gehört, dass wenn Firmen sich zusammengesetzt haben oder eine Firma setzt sich mit ihren Führungskräften hin und sagt, wir brauchen eine Vertriebsleitung, dass dann Leute sagen, da müssen wir beim Gehalt, aber gucken, das darf nicht zu teuer sein. Das sagt niemand bei einer Vertriebsleitung oder bei einer Marketingleitung. Der Punkt ist halt, die meisten sehen den Wert von HR nicht, weil er natürlich indirekt und eher mittel- bis langfristig ist. Aber Tatsache ist, rechnen Sie doch mal aus, wenn nur ein- oder zweimal im Jahr eine Kündigung schief geht und Sie müssen irgendwo Abfindungen zahlen. Oder wenn Sie eine Personalentwicklung haben, wo Ihnen pro Jahr statt 3% Fluktuation 6% Fluktuation passieren. Das können Sie mal ausrechnen, was Sie da an Neubesetzungen und so weiter haben müssen. Deswegen dieses Herumgeeier ganz oft basiert ist auf einem. Da wurde jetzt gerade bei einem Fall, den ich jüngst erlebt habe, Firma in Südwestdeutschland, da wurde dann gesagt, wir sagen einige Schwaben, nein, darauf möchte ich nicht hinaus. Da wurde halt gesagt, ja, Ihr Gehalt muss ja auch in unsere Gehaltsstrukturen passen. Und dann war da eine Führungsriege, die seit 20 Jahren zusammenarbeitet. Wissen Sie, wenn Leute von extern kommen, kosten die mehr Geld? So ist das nun mal, weil die sind eben noch nicht 20 Jahre bei Ihnen und sind eventuell in den Familienunternehmen groß geworden, haben gelernt und so weiter. Da müssen Sie Ihre eigenen Leute aufbauen. Das dauert natürlich dann deutlich länger. Und vor allen Dingen kann eine gewisse Betriebsblindheit da auch entstehen. Die Innovationskurve wird zumindest nicht höher. Und wenn ich dann sage, wo ist denn jetzt das Problem, hier zu sagen, Sie zahlen der Person, weil die Person wollte 110.000 Euro haben und man wollte halt unbedingt unter 100.000 Euro bleiben und als hin, her, hin, her. Wo ist denn das Problem der Firma? Geht es wirtschaftlich selbst in Krisenzeiten? Exzellent. Und dann kam irgendwann der Satz, kann ja wohl nicht sein, dass jemand hier in der HR mehr verdient als ich im Vertrieb. Und da ist der eigentliche Knackpunkt. Reiner Futterneid. Und davon müssen Sie sich schlichtweg verabschieden. Wenn Sie Führungspositionen haben wollen, die mannigfaltige Bereiche haben, die extrem komplexe Aufgaben zu lösen haben. Und diese Aufgaben werden auch immer komplexer, denn wir haben eine Gesellschaft, die sich stark davon wegbewegt, wo gesagt wird, was haben Sie irgendwann mal studiert. Sondern Leute, die halt sagen, welche Erfahrung haben Sie denn? Welche Werte bringen Sie eigentlich mit? Und das hat sich übrigens auch erst geändert, weil international gesehen wurde, dass viele der sehr erfolgreichen Firmen andere Wege im Recruiting gehen. Das heißt aber, Sie haben viel mehr weiche Faktoren. Das wird unglaublich in der Komplexität. Und das natürlich bedarf eben auch dann Menschen, die in der Lage sind, diese Komplexität umzusetzen. Und diese Komplexität zu beherrschen, bedarf eben dann auch bei aller Nettigkeit und allen Dingen, die Sie irgendwo sagen können. Und ein Firmenwagen. Und Sie kriegen Obstkorb. Und was weiß ich, was da für Gründe kommen. Am Ende möchten Leute auch einfach gut bezahlt werden. Denn ansonsten ist das, was Sie nach außen kommunizieren, sowas wie, wir sind eine ganz tolle Firma, finden wir. Ach, Geld wollen Sie auch noch. Und diese Art der Kommunikation ist nicht sehr nachhaltig. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung. Und für heute vielen Dank für Ihre Zeit.